jo freunde was geht ich bin es wieder euer chalet und herzlich willkommen zu meinem ersten highlight stream auf meinem kanal ja freunde das ist mal mein allererster mein allererstes highlight video zu dem stream es wird einen pack opening und ein division rivals highlight spiel rauskommen und ja freunde ihr seht ich bin ein bisschen noch demotivierend weil ihr wie ihr gesehen habt also für diejenigen die dabei waren hier im stream ich habe leider die spiele verloren ich habe durch den abonnenten größe gehen an dich noch mal raus bekommen woran es vielleicht liegt und ja freunde ich würde sagen ich rede nicht allzu viel drum herum lasst mir gerne ein like da und schreibt mir gerne was in die kommentare rein und da würde ich sagen viel spaß mit dem video und wir sehen uns beim nächsten stream oder bei der nächsten verkostung würde ich mal sagen und bis dann haut rein euer chalet ist draußen ich hoffe ihr könnt das sehen ich habe gerade die nachricht gelesen schaut mal her pipel wechselt zu arsenal okay dann würde ich sagen fangen wir an ja schreibt einfach mal mit welchen packs wir anfangen ich kann quasi die münze nehmen aber ich werde die münze heute nicht nehmen ich werde die münze heute nicht nehmen wir nehmen entweder die packs wo wir halt geld machen können also verkaufen können oder was gutes ziehen können oder wir nehmen halt no risk no fun packs nehmen untäuschbar sonst haram okay nehmen wir untäuschbar also freunde ich habe euch das angebot gemacht ihr könnt gerne auch beim nächsten mal mit dabei sein jetzt kommt noch das batterie leer was hat mir noch gefehlt oh bertan du hast auf twitch geschrieben heino ich sehe gerade nur den youtube stream weil ich habe nur einen fernseher du weißt das doch was los 5-1 ja ich fange jetzt mal an bald monitor auf meinen nacken nein bald monitor bald stream auf deinen nacken so machen wir mal mit den untradables ich erwarte nicht viel ich hoffe nur dass man was anständliches wenn ich froh freunde dass ich tausend champions punkte habe jetzt muss ich nicht halt so viel geben für den qualifier gleich so freunde wir fangen mit dem ersten player pick an links oder rechts ihr entscheidet kommt nur ihr entscheidet das motto lautet ja heute nur ihr entscheidet links oder rechts welchen soll man anfangen dann nehmen wir rechts 123 auf geht's nach algeri nicht was oh alaba was geht alaba aber ist do wie das leihkarten leihkarten ich sehe das erst jetzt natürlich kann ich dich noch lehren man ich habe gar nicht gewusst dass es leihkarten sind ey wow was soll ich da ey den linken habe ich jetzt zum zweiten mal gezogen man ey was soll ich da nehmen ey ist sowieso nur müll aber komikerweise sind die untrad packs immer irgendwie krasser als die normalen packs so freunde hier gibt es gewisse regeln ne auch an den äh admin werbung auf meinen nacken geht nur über anfrage so freunde lasst uns weitermachen mega pack dreimal zweimal selten zweimal einmal selten gold so ihr entscheidet weiter ihr entscheidet weiter mit welchen wir äh welche wir welche packs wir öffnen schreibt es in die kom- äh schreibt es in den chat rein ihr entscheidet hier bestes getränk aber no werbung freunde noch mal ganz kurze nachricht an die leute die auf twitch gerade zuschauen nicht nur du berthans denke mal du bist schon weg keine ahnung ob du noch da bist ich kann leider nicht den twitch chat ähm lesen weil ich habe hier nur den äh mein handy mit dem youtube chat ähm ich habe nur hier ein bildschirm mit meinem spiel gerade und hier den youtube chat ich muss halt mal so einen spenden aufruf machen damit ich mir einen zweiten monitor holen kann und ja was dazu ich muss aber auch noch mal den nightbot ermachen damit das mal alle paar sekunden wieder wiederholt wird ok machen wir selten gold pack an auf kein walk- doch walkout walkout krankreich ja mann wir haben wieder ein walkout geil von der wick ja ist ok aber nicht das gelbe vom ei komm schon gib mir wieder ein walkout wieder walkout ja mann aber gib mir einen anständigen walkout jetzt mal ja wieder ey sag mir nicht fantebik ey ich dachte das wäre matt heiß der licht ja ey was soll ich damit mann ey alter der muss doch gut sein pia tech ist doch gut polski ey der hat auf jeden fall geile werte komm aber mega pack zu ende ah diesmal kein walkout schade 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 kein walkout jordan pickford 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 so dann haben wir mal die letzten beiden packs mal ist was ist das alter warum ist das warum witz ist das kacke hier schön wärs wenn ein icon kommt schön wärs ein walkout ja mann bitte ein anständiger walkout komm schon ey ich hab den gerade gezogen ich hab ihn doch eben gezogen verstehe ich nicht aber trotzdem gut ja freunde und damit war es das von diesem kleinen pack opening mit dem highlight video aus dem äh division rival spiel freund ich kann euch nur sagen das ist ein spiel von vielen 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 spielen wo wirklich immer alles daneben läuft ich hab keine ahnung woran es liegt ich bin schon seit jahren äh gerne fifa spieler aber es fühlt sich wirklich langsam an wie eine blamage dass ich wirklich nicht äh mehr vorankomme ob es an meinem internet liegt oder an dem server liegt selber bei fifa das weiß ich noch gar nicht vielleicht wisst ihr das ihr könnt es mir gerne ähm in den kommentaren schreiben dann würde ich sagen war es das von mir wir sehen uns beim nächsten mal ob es dieses wochenende ein streaming geben wird denke ich mal schon und ja freunde dann würde ich sagen sehen wir uns bis zum nächsten mal euer credit ist draußen lasst einen like und einen kommentar da bis dann euer credit ist draußen ciao ciao